Musik So hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Hexet Together mit Multidisimo und Battleplay TV Hey Willkommen Okay wir haben uns hier gerade so gesagt einen kleinen Plan geschmiedet Mh Wir machen nicht ein auf wir kämpfen uns zum Loot sondern wir stack Und das wird aber zum Bogen So und zwar wartet mal hier kurz ich will uns noch was machen Was für einen Bogen hast du denn? Normalen Ja gib mir einen Bogen aber ich hab keine Empfindung, die sind schon 5 Pfeile Ich hab 30 Dann sehen wir nochmal ein bisschen Ausschau halt nach dir Ach so also gehst jetzt mit in den Dungeon oder nicht Boah ich kann schon mal mit kommen bis zu sterben Ich muss ihn nicht mehr mit meinem Crap Ja Leute ich Ja wird das schon gut Ach komm ich hab vorhin gesagt hab auch nicht gesagt und wie süß gestorben also Das ist auch noch Gold Ja stirbt den schon beim Dungeon Raid so eine Frage Okay ja gut ich hab immerhin vorgeleihen Hier in den Ecken um die Burg herum können auch mal gucken Also manchmal auch wir Ich beobachte die ganze Situation aus der Luft Leute ne Ja Und ganz gut Ich muss den Eingang finden müssen der Eingang von dem Ding Ich mach meinen Plan weiter ich wüsste es nicht was ihr macht Ich bin einfach mal reingesprungen Ich baust dich ich Ich geh risiko Ja Risiko Ja Risiko Ja Ich komm auch bald Wo seid ihr Ich bin hier oben aus der Ecke Gut Warte mal Gib mir mal das Gold Äh Ich weiß ich achten Hier unten Ah da Ja Die Hä Die Namen die sehe ich manchmal und dann manchmal die Ich traue ich sie auch jetzt Ja das ist wenn die Distanz zu groß wird Spektrum gib mir das Gold Was willst du? Koko 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 Schön dass du da Spektrum Gut ich komm auch Ja Hallöchen die Nudeln So da bin ich Uah Oh Ich hab dich in Ruhe Nein ich hab die Wetterentscheidung kaputt gemacht Ey das sind echt nicht cool Okay Ich war anders jetzt Jetzt geht's los Hui hui Oh 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 Ich hab ne Wind ist ins Ich hab ne Clock Oh ich hab ne Holy Hand Grenade Leute Ich hab nen Big Backpack Der braucht Kaktusboots 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 Ich verzichte Und Lawn habe ich gefunden Oh ich hab Chainboots und Chain Helmine Protection Ja Ich frennt jetzt schon runter Ja hör mal die Cauldrons Die können wir eigentlich alle abbauen Weil die kannst du in das Meldery zu Eisen verwandeln Städtowatter Schicksburg Ich hab neuer 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 Die Lut von oben Gespackt und was war drinnen Nur heilige Handgranate Holisch Ich hab neugröse Goldene Feder Und eigentlich nicht schalten Das kommt was man sonst so von Hexen Kennt zu zweit Golden Ohl ist nicht so Von oben Zwei Stück Hinter uns Halleluja Jetzt geht's ab hier Warte, ich geh an die Tür Ich hab grad einen mit ner heiligen Hand gerade gekillt Hattet ihr fast Schaden gemacht Ah, da ist Essen, können wir uns mitnehmen Na, zuerst Ja, ist hier natürlich Ich bin fast tot Nein, ich bin fast tot Ich bin fast tot Wie schnell ging das, Alter? Zwei Herzen, zwei Herzen Nein, nein Oh, ja, so ist Oh, oh Oh, oh Oh, oh Komm schon, alle rein Ja, gleich, ich bin fast tot So, jetzt heilig wieder gut, wunderbar Leute, ich werd nicht sagen, aber Ich war kurz auf Schweren Oh, geil, ich hab noch in der Tür gestern Was soll So, ich geh mal weiter So Also, ehrlich gesagt, der Bogen bringt nicht viel Nicht unbedingt Warum haben wir das Dorf hier nicht geradet? Oh, ganz da runter Weil wir hier das Dorf raiden gerade Nein, ich meine, das NPC-Dorf, was gleich neben uns ist Ja, keine Ahnung, ist auch egal Oh, oh, da hinten warten noch mehr Wer ist denn hier am heilen? Ich Ich war hier ganz alleine durch irgendwie Äh, wo bist du denn? Ja, hinter euch Ja, jetzt komm ich wieder Ja, da vorne ist es noch jede Menge Ja, da vorne ist es noch jede Menge Minecraft has run out of memory Ich war bei mir auch Äh... peuple ми auch Oh, mit dir auch ist er Oh, 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 oh oh, oh, oh oh Ich muss aufpassen, dass ich euch nicht schlage. Kommt in die Hütte wieder rein. Ne, hier ist kein PvP an. Wir haben PvP raus hier. Ah, echt cool. Ja. Boah, halt doch. Zwei Herzen schade machen die ein. Ja, die sind stark. Kommt der mit dem Diaschwert da. Ich hab ihn auch recht. Ja, er kann ihm fast kein Schade machen und nicht. Ey, ich bin fast tot, ich bin tot. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ein Herz. Spektra, wo bist du? Ey, unten in der Hütte. Oh, ist weg mit euch, mit dem. Oh, der schluss mit dem Bogen. Leute, ich habe, dass dieser Dungeon aber etwas zu viel Bogen ist. Nein, ich habe gerade eine Stärke-Potion geklappt. Ne, die Bogenschützen, die killen uns, das ist das Problem. Das ist richtig, der Bogenschutz hat mich immer wirklich schnell runtergekriegt. Deswegen muss ich flüchten. Nein, Leute, ich kann noch nicht mehr mehr aus der Hütte raus, nämlich da unten lauern auch welche. Vielleicht kommen auch wieder zur Hütte. Wollen Spektra snacken? Nein, ich bin ja in einem Loch gelandet. Komm ich wieder raus, ja. Okay, ich komme wieder in die Hütte zu euch. Oh, ne, ja. Oh, geile, geile Küste hier. Ich will die ganze Zeit den heilen, wollte ich nicht. Und ein Magenta Backpack. Ah, super. Ich bin hier, hat, hat einen Stärke-Potion, der was noch zwei Minuten hält. Leute, ihr wisst nicht, was ich gerade in der Schmiede der, in der Dorfschmiede gefunden habe. Sie, ob sie. Uh, geil. Das ist ein Enchanter, Alter. Ah, gut. Okay, ich gehe mal weiter. Okay, ich sehe Multi. Nein. Ich bezeug' uns alle erst. Ich bin untergefallen. Ich nehme die Kohle auch mal mit, ist egal, kann man brauchen. Hm, kommt ja auch mit. Oh, noch Backpack? Green Backpack? Ja, ich... Oh, cool. Okay, ich bin jetzt auch. Ich habe dich doch gerade noch gesehen. Ach, dein ist weg. Ja, ich bin jetzt im Haus drin. Ich nehme mal den Brausch da mit. Ich bin jetzt nicht. Oh, die Kolder ist. Hallöchen, Leute, ich bin nochmal wieder da. Ja, ja. Ah, hallo. Oh, die Folge ist jetzt dann bestimmt schon wieder vorbei. Ja, dürfte ungefähr schon. Beide umzahlen. Ja. Oh, oh. Ein Radhobby. Wo? Oh. Hier. Hä? Ach, da! Aber ich glaube, lange sind wir durch hier. Toll, der hat gescheiß Eisenschild getroppt. Hey, Leute, die unten scheint Party abzugehen. Ah, überall geht Party ab. Oh, Alter, fünf, Alter, da unten sind fünf Typen. Keine Ahnung, was drin. Oh, da ist ein Botschütze dabei. Das ist auch eine Kiste. Ah, verzauberte Eisenhose. Oh. Sollte ich gebrauchen, vielleicht. Und verzauerter Goldhelm. Tobi wird halt schön gesnackt, während ich jetzt hier essen. Oh, da hinten ist Chemo, please. Oh, scheiße. Ich will nochmal ne Kiste gehen und jetzt ist keine Kiste, wird alles mit dünnen können. Oh. Oh... Ich f shepherd, woher du... Oh, oh! Oh, oh. Na die alle hin. Soll ich geh' jetzt nach oben, zum großen. Oh, oh... Nein, 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 nein. Oh, ein halbes Herz! 1,5 Aber gett Okay, machen wir, looten wir da oben noch Und dann enden wir die Folge, würde ich sagen Ja Es gibt da auch einen Walker Aber ob der da drin ist, ist die zweite Frage Erstens, er ist noch da Zweitens, beim Walker-Boss gibt es noch Loot Und drittens Ja, du musst runter Was ist mit dieser Hälfte und schalte mir Das ist nur Licht Die habe ich schon aktiviert, genau Achso, ich dachte, Tobi ist jetzt tot Ich bin jetzt oben Okay, ich habe den Walker-Boss gefunden, wenn du hier runterkommst Seid ihr? Seid ihr denn hier oben? Nein, der ist unten Ich weiß schon mal, wo ihr seid Da unten steht er Oh ja Ich möchte mich machen Vorsicht, der hält hier viel aus, weißt du ja Und teilt auch ganz schön viel aus Und er zieht dich mit Das ist richtig abartig Ja Oh, 250 Ja Alles aufhacken Der hält echt viel aus Oh, oh, halbes Herz Ich muss mehr auf die Füße schlagen Tobi ist tot Tobi ist tot Scheisse Tobi ist tot Oh ja, auf die Füße gibt es mehr Schaden, stimmt Ja Buuu Aua Muss du was essen? Nee, der boxt uns immer weg Mhm Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Schwerter verzaubern, damit wir mehr Deppage machen Boah, mich hat auch weggeboxt Oh Leute, ich kann nicht sagen, aber von unten begibt Ähm Kommt noch mehr Gesellschaft Ja, ich weiß Oh, oh Okay Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich Ich bin tot, ich bin... Sammelt auf Jawohl Ja, komm, geh, 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 ich hab volles Leben, du kannst gehen Oh Die starb mal aufgelaufen Hilfe Stopp Oh, da unten liegt die Ding noch mal von Link, die Sachen Moin, ich muss noch ein paar Dinge in meinem Backpack mal tun Link Nein So Wo bist du? Gut, wollen wir nach unten Oh, nee Oh, oh Na gut, das ist ein normaler Worker Toll, gibt's auch... Oh nein Ich bin tot Oh, nur noch eineinhalb Erzen Ja, war auch tot Nein Und jetzt ist ein... Oh, ich muss weg, ich muss weg Ein Herz Alter, wo kommen denn diese ganzen Skelette her? Hab ich mich auch gefragt Toi, jetzt liegt mein Loot schon wieder verstreut und irgendwann sah mich da wieder ein Und dann hab ich mein Zeug wieder nicht vollständig zu sagen Ja, ich bewache das hier, ich kann nicht mehr warten hier Oh, scheiße Du bist noch da unten, Inspektor Ja, ja, ich bin noch da unten, ich hab die alle gekillt Ähm, Leute, wir haben ein Problem Wir kommen nicht in die Burg Warte mal, ich hab auch ein Backpack Ich pack jetzt meine Sachen erstmal in das Backpack, was ich im Inventar hab Und ich hab da noch ein zweites gefunden Und dann packe ich, äh, Links Sachen da rein Los, Link, zusammen schaffen wir das Genau, zusammen reite der Walker an, ich hab mich gerade instant gekillt Zusammen sind wir stark So, ich pack das jetzt in das grüne Backpack, was ich von Link auf sammle Ich hab ein rotes, großes Mal bekommen Ja, ich hab's gefunden, ja So, okay, ich hab doch ein paar Dinge angesammelt Manchmal ist der Inspektor Die hätten die Burg einfach besser räumen sollen Guckt euch das an, da hockt irgendwo in der Ecke ein Archer, der mich durchgehend killt Und der wird einfach mal zu Tode geknüppelt Mein halbes Zeug wurde gerade, äh, hochgesprengt So, ich hab dein Backpack fertig Hast du alles ins rote jetzt, oder wie? Nee, ich hab das erstmal in das grüne gepackt Ich geb dir, äh, kannst du ja gleich selber ausräumen Ist ja egal Moment, ich bin trocken, trocken gehegt Wir stehen gerade im Kau Okay Tobi, übrigens, ich hab uns da eine Bridge rüber gebaut, ne? Hab ich schon gesehen Oh, 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 oh Na, ich meine Tobi, weil wir uns Schlimm sind die, äh, Dia-Archer Ja Oh, Mann, Alter, ich... Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg Hau ab, mein Zeug, die spawnt bald Nein, das... Ja, ich hau... Ich konnte nicht weg Oh, Mann, jetzt steht sich in der Falle hier Oh, mein Spawn und ich gesprach, Gottfache Ich bin hinter dir Leute, Leute Pass auf, pass auf, pass auf, die Kopf Witzbeut Wie soll ich dir helfen? Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben Okay, zugebaut, zugebaut Okay, ich leg das grüne Backpack in, in die Chest Und das rote auch Das rote ist aber nix drin, glaub ich Ja, das war meins Naja, da hab ich nix reingepackt Ich hab alles in das grüne gepackt Okay, alles klar, da kann ich Jetzt müssen wir Multis Sachen holen Ja Okay, ähm... Bisschen essen und jetzt los Warte, ich kann doch hier Ja, jetzt haben wir uns ne Mobfarm gebaut Ja, jetzt haben wir uns ne Mobfarm gebaut Ich hab nicht gedacht, dass das so viel ist Oh, Elektro-Kaleszenz hat er gedroppt, der eine Ja Der hat Longbow, Alter, die machen richtig Damage Ja, ich Oh, äh, hier geht's ja überall raus Ein Bot-Skelett Oder ist ein Slime, willst du mich fehlen? Oh, äh, hier ist ein Skelett Oh, äh, hier ist ein Skelett Hab die geheime Chess gelootet Hab die geheime Chess gelootet Ja, ich nehm jetzt Multis Sachen erstmal auf Hä, wisst ihr alle nichts von der Geheimen? So, Multis, ich hab da die ganzen Sachen So, Multis, ich hab da die ganzen Sachen Und ich komm, ich bin gleich auch wieder da, ich sehe eure Amen Ja, ich leg's dir hier mal in der Chess rein, am besten Oh, oh Okay, Spectre, Chainhose, Iron Sword mit Smite und das, was wir zurzeit am meisten brauchen Also das, was ich jetzt gefunden hab, hattest du nur so wenig? Ich? Ja Ich glaub, das meiste war im Backpack drin Ah, wo ist das Backpack drin? Wo ist das Backpack drin? Ah, wo ist das Backpack drin? Ah, das ist in der Ecke, ich hab sie gefunden, die Sachen, die lag noch in der Ecke hinter dem Grabstein Oh Ich versuch, ob ich die Gegend hier noch ein bisschen safe kriege Aber die ist schon safe, weil die ganzen Idioten von unten nach oben gerannt sind Also ich warte hier auf dich, Multis Und dann beendet man die Folge, würd ich sagen Ich bin ja auch da Mein Zeug dieskorn, mein Zeug dieskorn gerade Wir machen Verluste Wenn ich wüsste, wo du gestorben bist Oh, hey, Multis In dem noch, wo du auch fast gestorben bist Ah Kein Ding, Tobi, kein Ding Okay, ich warte noch auf Multi Damit er seine Sachen holen Willkommen, komm Ah, da unten Hä, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ach hier! Scheiße, ich bin ja im Ganzen Ich hab auch noch ein paar Dinge dabei, die ich dann aufgesammelt hab Ah Man hört euch mit einem Emerald-Chart, leh Äh, so wie kam ich denn Ja, Link da unten wird nicht gestorben Ich kann nichts aufnehmen, ich hab so viel Kacke im Inventar Da ist noch einer Tobi, geh doch weg! Och Tobi wird wieder sterben Echt? Ja, weil er in dieses behinderte Wasserloch hier reingegangen ist Boah, wie lange ist die Folge jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung, die Kacke im Inventar Hilfe, ich werde von Enderman angegriffen Ich hätte da was angewenden, hier die Folge Hau ab du scheiß Vieh Ich weiß nicht, ob ich gestorben bin, ich werde nochmal nachziehen Äh, so Wenn Kul-Multi das jetzt noch schafft, dann bin ich auf Ich finde irgendwie fallen Ich komm da nicht mehr hoch Ich hab jetzt keine Blöcke dabei Guck mal Ja, ich kann die Sachen alle mitnehmen, die ich komm Das leckt irgendwie Das leckt wirklich So Oh oh Oh, ist ja was abgeschmiert, oder? Ich hab noch ne Kiste hier Hä? Ah ne Fünf Gold lassen sie hier drin Ah ne, ist das aber abgeschmiert Bei mir auch Bei mir nicht Bei mir auch nichts Ich bin auch drauf Und Nahrung hab ich gefunden, nehm ich auch noch mit So Wo geht's denn hier weiter runter, hallo? Oder wo geht's hier raus, besser gesagt Wo bin ich denn hier? Äh? Ach, hab ich schon Jetzt hab ich's wieder Na ja, ich bin endlich im Titelscreen Na Moment, ich möchte noch zu Zu Specter kommen Ja, wo bist du? Äh, nicht so weit Ich bin eben einfach runtergefallen vorhin Oh, das war blöd Ich weiß nicht, wenn du bist Dann würde ich dir entgegen kommen Ich bin jetzt... Keine Ahnung, ich kann nicht sagen Wie leid es ist Hier unten bin ich Hier unten bin ich Du baust dich grad hoch Hier, ich bin schon hier unten So, und... Ne, ich werde sterben Oh ne, ein Herz Hey, da ist ein Blacksmith Ich hab ein Herz Da ist das Specter, ja Ja Warst du denn ganz unten schon beim... Jaja, ich war ganz unten Okay So, ich geb dir schon mal ein paar Sachen Die meisten besser gesagt Erstmal die... Die hat dich gefunden von dir Das und das und das Und das Ah, jetzt hab ich die wieder aufgesammelt Ah, ich weiß, bis ich mich näher kommen Hast du noch ein bisschen Hühnchen Hier, kriegst du nochmal 10 Äpfel Die hab ich auch gesammelt Eisen geb ich dir Wow, Beef kannst du auch noch haben Mal essen Dark Distance So, das war's soweit Ja, da warst du's im Backpack drin Ja So Dann würde ich noch sagen Bevor wir beenden, wir beide hier Das war's soweit Das war's soweit Ja Erstmal Ich denke, das nächste Mal geht's in die Festung da hinten Ja, war mein Ja, war mein Das war jetzt erst mal die, glaub ich, die Aufnahme Session, oder? So, Leute Dann bedanke ich mich Fürs Zuschauen Und die anderen Und schaut doch bitte auf den anderen Kanälen vorbei Und lasst doch bitte eine schöne, positive Bewertung da, wenn's euch gefallen hat Und vielleicht sogar ein Abo Bei mir gingen viel Action ab Ciao, ciao Was ist so? Ja, lasst bloß die Bewertung da und Ciao Und Commissioner Das ist so? Ja, ich hätte algo Rodrigue Was? Dann Ja, ich hätte machen Schausch Ich denke, da